Hallo, ich bin Kim. Und ich bin Linus. Und wir zeigen euch heute den grünen Campus Bernburg. Heute ist ein bisschen Fantasie gefragt, denn so leer wie heute ist es natürlich sonst nicht hier. Ansonsten liegen die Studenten hier auf den Wiesen, genießen die Sonne zwischen den Vorlesungen und entspannen eine Runde. In diesem bunten Häuschen sind unsere Bienen zu Hause, wenn es auf dem Campus momentan auch eher ruhig zugeht. Hier herrscht nach wie vor geschäftiges Treiben. Ihr könnt hier eine ganze Saison lang euer eigenes Bienenvolk betreuen und am Ende sogar euren eigenen Campus Honig ernten. Wir sind hier im Biotechnikum und hier befinden sich neben einigen Vorlesungszellen auch Labore, in denen man das, was man in den Vorlesungen gelernt hat, ganz einfach umsetzen kann. Zum Beispiel in Umwelt-, Agrar- und Lebensmittelanalytik. Hier befinden wir uns jetzt mitten in den Versuchsfeldern, die den gesamten Campus umgeben. Hier lernen die Landwirte ihr Handwerk und ihr könnt eine Runde joggen gehen oder spazieren und ein bisschen die Seele baumeln lassen. Hier neben mir zählt ihr die Mensa. Im Normalstudienbetrieb gibt es hier immer drei verschiedene Mahlzeiten. Das preiswerteste Essen gibt es schon ab 1,60 Euro. Und im Sommer, wenn es schön warm draußen ist, dann kann man sich auch draußen hinsetzen. Jeden Tag gibt es ein vegetarisches Essen und oftmals auch was veganes. Du hast Lust, in andere Welten einzutauchen und dich mit deinen Freunden virtuell zu duellieren. Das alles kannst du hier in der Innovationswerkstatt, kannst du hier alles testen, was VR zu bieten hat. Und innovativ geht es nicht nur drinnen zu, sondern auch hier werden ganz besondere Bepflanzungen getestet, an den Wänden und auf dem Dach. Hinter mir seht ihr das U-Boot. Das ist die Studentenkneipe hier auf dem Campus. Und neben einem leckeren Mittagessen bekommt ihr hier den besten Kaffee auf dem Campus. Falls ihr mal nicht wisst, was ihr abends machen sollt, hier finden regelmäßig Veranstaltungen statt, zum Beispiel Quizabende, dann könnt ihr hier zusammen gemütlich ein Bier trinken und danach noch feiern gehen. Hier sind wir jetzt an der Campus-Mitte. In diesem Gebäude finden manchmal Veranstaltungen oder Präsentationen statt oder auch Ausstellungen. Und man kann es ganz flexibel ausziehen und variabel einsetzen. Hier seht ihr die Sporthalle mit angeschlossenem Fitnessstudio, in dem ihr selbstständig trainieren könnt. Und wir haben hier ein wirklich großes Angebot an verschiedenen Sportarten, zum Beispiel Volleyball, Badminton, aber auch Jumping Fitness. Und das Angebot wechselt sich von Semester zu Semester, aber es ist wirklich für jeden was dabei. Wir sind hier inzwischen bei den Studentenwohnheimen angekommen und das hier ist Lilly. Lilly studiert im zweiten Semester Ökotrophologie und erzählt euch jetzt was über die Wohnsituation hier. Ja, hi, willkommen auf dem Campus in Wernburg. Ich wohne seit letztem Jahr Oktober hier in einer 3er WG. Und hier gibt es auch 2er WGs sowie Einzelapartments. Und der Vorteil daran ist, dass man direkt bei den Vorlesungssälen in der Nähe wohnt. Wenn ihr Lust habt, unseren Bambis einen Besuch abzustatten, könnt ihr hierher kommen zu unserem Dammwildgehege. Die Tiere, wie ihr seht, sind auch ganz zutraulich und kommen auf euch zu. Und wenn ihr Glück habt, könnt ihr das ein oder andere sogar streicheln. Das war jetzt unser Campus-Rundgang. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Einblicke in das Studentenalter gehalten. Und dann hoffen wir, dass wir euch nächstes Semester hier am Campus begrüßen können. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Vielen Dank.